Was sich hinter den gelben Mauern des gepflegten Hauses in der oberen Dorfstraße in Ladendorf bei Mistelbach in der Nacht zum Donnerstag abgespielt hat, war nicht nur für die Ermittler zunächst ein Rätsel. Herbert G., ein angesehener 88-jähriger Pensionist, hatte sich zuvor bei der Polizei gestellt. Ich habe meine Frau getötet, sagte frühere Postbote. Bei der Nachschau vor Ort bestätigen sich für die Beamten die Angaben des betagten mutmaßlichen Mörders. In einer Blutlache entdecken sie die Leiche von Theresia G. Sie war mit einem Messer erstochen worden. Doch warum musste die 80-Jährige auf so grauenvolle Weise sterben? Es handelt sich um eine Beziehungstat. Gesundheitliche Gründe sollen hierbei keine Rolle gespielt haben. Wenngleich die Nachbarn erzählen, dass sich Herbert G., der stets vital und geistig fit gewesen sei, in den vergangenen Monaten immer mehr zurückgezogen habe und einen kränklichen Eindruck auf sie gemacht haben soll. Niedergeschlagen habe er zuletzt gewirkt. Ratlos ist auch Bürgermeister Thomas Ludwig, der erst Anfang Juni im Haus der beiden war um der Ehefrau zum runden Geburtstag zu gratulieren. Die Tat komme für alle überraschend, man wäre tief erschüttert. Die beiden sind seit Jahrzehnten im Ort ansässig, waren bestens in das Dorfleben integriert. Die Ehe, aus der vier Kinder hervorgegangen sind, galt als vorbildlich. Erst vor kurzem wurde nach 60 Jahren Diamant eine Hochzeit gefeiert. Von Problemen oder einem Streit haben die Nachbarn jedenfalls nichts mitbekommen. In seinen ersten Einvernahmen hat Herbert G. die Tat erneut gestanden. Er hat seine Frau mit einem einzigen Stich getötet. Gegen 8.30 Uhr ging er zur örtlichen Polizeiinspektion und erleichtert sein Gewissen. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Kornneuburg eingeliefert. Die Verhängung der Untersuchungshaft, bei Mordverdacht bedingt obligatorisch, gilt als wahrscheinlich. Eine Obduktion des Opfers wird angeordnet. Es gilt die Unschuldsvermutung. 16 Frauen sind heuer bereits in Österreich Tötungsdelikten zum Opfer gefallen. Ein 17. weibliches Opfer war ein Neugeborenes, das im Juni in Oberösterreich vermutlich von seiner Mutter in einen Teich gelegt worden ist und ertrunken ist. Die erwachsenen Frauen wurden ausschließlich von Männern getötet. Sieht man von dem getöteten Baby ab, wird bei allen Tötungsdelikten nur eine Frau als mutmaßliche Täterin angeführt. Fünf Tötungsdelikte werden in Niederösterreich, vier in der Steiermark, je drei in Kärnten, dem Burgenland, sowie eines in Oberösterreich verübt. Zwei Tötungsdelikte werden in Tirol begangen. In Wien stirbt im Jänner eine Frau durch die Hand ihres Freundes.